Sonnenstrom ohne finanziellen Aufwand. Wir sehen uns heute die rechtlichen Rahmenbedingungen des PV-Contracting an. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Im Jahr 2030 soll 100% des Stromverbrauchs in Österreich durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Einen maßgeblichen Anteil daran soll die Photovoltaik spielen. Die Regierung spricht von 1 Million PV-Dächern. Ein mögliches Finanzierungsmodell für PV-Anlagen ist das Contracting. Und hier unterscheiden wir zwei verschiedene Modelle. Das Liefercontracting und das Pachtcontracting. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt in der Funktion des Contractors. Beim Liefercontracting baut, richtet und wartet er die Anlage und schließt mit dem Kunden einen Stromliefervertrag. Das heißt, es wird Strom abgenommen und pro Kilowattstunde verrechnet. Hingegen beim Pachtcontracting räumt der Contractor dem Kunden ein Gebrauchsrecht an der Anlage ein. Das heißt, der Kunde betreibt die Anlage selbst. Der Unterschied zwischen den zwei Modellen ist aus rechtlicher Hinsicht spannend. Weil beim Liefercontracting ist der Contractor ein Elektrizitätsunternehmen. Das hat zur Konsequenz, dass das Anlagenrecht des Elektrizitätsrechts der Länder anwendbar ist und er nicht der Gewerbeordnung unterliegt und damit keine Gewerbeberechtigung braucht. Anders wiederum beim Pachtcontracting. Hier gilt das Betriebsanlagenrecht der Gewerbeordnung und der Contractor braucht auch eine entsprechende Gewerbeberechtigung. Ein zweiter großer Unterschied ist netzrechtlicher Natur. Während die Pachtcontracting der Erzeuger und der Abnehmer zusammenfallen und hier keine Probleme hat, ist beim Liefercontracting immer die Gefahr, dass der Contractor in das Konzessionsrecht des Verteilernetzbetreibers eingreift. Und ein letzter, auch wirtschaftlich bedeutender Unterschied ist finanzieller Natur. Ende 2019 wurde der Eigenverbrauch von PV-Strom steuerfrei nach dem Elektrizitätsabgabegesetz gestellt. Es ist aber noch offen, ob von dieser Freistellung auch das Contracting und speziell das Liefercontracting profitiert. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das wir erwarten, dürfte sich auch beim Contracting noch einiges tun.